Ich würde mich nicht mehr traurig finden. Da fände ich so ein Publikum fest. Ich filme gerade, Alter. Das war nur klar. Ich muss ihnen sagen, was passiert ist. Also, wir stellen jetzt die ganze Szene nach. Ich bin ein Auto. So. Hier sind wir hochgefahren und haben den Bordstein gestreift. Dann fahren wir weiter und weiter und weiter. Und wollten wissen, wie wir weiter nach Eibelstock kommen. Und dann kam ein Schutzengel und hat unsere Reifen zerschlissen. Ich habe gerade schon gedacht. Na gut, das ist nur der Schutzengel. Jetzt musst du noch die Reifen. Auf jeden Fall wollten wir hier und nach fragen, wie wir weiter kommen. Obwohl wir schon auf dem richtigen Weg waren. Aber wir wollten nochmal... Harte Wisserung. Und dann steigen wir aus. Und wir haben zwei Platten, komischerweise. Und sind wir reingegangen zu diesem Mann. Und ich dachte, das ist gut, das geht gar nicht. Und wir sind jetzt kaputt und verschlitzt und so. Und das kann man nicht reparieren. Und dann hat uns gefragt, dass wir einen Reservereifen im Kofferraum haben. Was wir auch noch nicht wussten. Aber jetzt kommt jemand. Auf jeden Fall sind wir jetzt übelst unserem Tod entgangen. Und danken uns unserem Schutzengel. Dankeschön.